In Wahrheit haben Sie, entschuldigen Sie, wenn ich das so offen sage, aber Sie lesen ja auch Zeitung und lesen die Zitate diverser Politiker vom Bundeskanzler abwärts, haben Sie doch bei vielen Spitzenpolitikern keine Autorität. Das ist ein Blödsinn, dagegen stelle ich mich sofort. Ich glaube, wir können das abbrechen, wenn Sie wollen, weil ich solche Fragestellungen schon nicht akzeptiere. Das lasse ich mir als Bundespräsident nicht zumuten. Ich bitte Sie, die Frage so zu stellen, dass sie für mich möglich ist, darauf überhaupt einzugehen, sonst lehne ich ab, Sie zu beantworten.